herzlich willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal heute suchen wir das sehbahnen fabrikator modul und das frachtmodul und ja am besten ihr habt eine tauchflasche mit hoher kapazität und die tauchflossen die verbesserten also die normalen tauchflossen was heißt verbessert ja genau ich fahre jetzt mit einer sehbahn runter noch zusätzlich die ihr auch durch mein erstes video haben könnt und ja die mobile fahrzeugstation die werde ich euch noch zeigen auf jeden fall müssen wir jetzt einfach von dem rettungspunkt point hier oder von dem point wo man spawnt sag ich mal also da wo die rettungskapsel ist wo man raus einfach der rettungskapsel im wasser ist wird euch markiert das spawnt ihr dann auch glaube ich also man spawnt beim zero point aber man ist dann hier bei seiner rettungskapsel noch wo man anfangen kann und findet der rettungskapsel aus schwimmt ja einfach richtung s zwischen sw und s müsst ihr so hin ungefähr und dann sind das ungefähr 500 meter da kommen so kringel dann irgendwann und dann müssen wir darunter das werde die gleich sehen also ganz simpel ich werde das video ich hätte das video wieder an cut hochladen ganz normal hier kommen schon diese kringel aber wir müssen noch weiter ja sind eins und kringel der kopf so nach oben ein etwas größerer kringel und da müssen wir dann runter davon ist er so er ist auf war das fast auf sw so ok mich doch weiter auf jeden fall ist er hier im gebiet und dann müssen wir hier einfach runter soweit weiß oder habe ich mir zwei tagen warte mal ich glaube nicht das ist der jeweils sind wir weg ungefähr ja es kommt hin wenn wir müssen wir diesen kringel runter diese hoch kommt und da unten schon wir dann einfach runter eure sieben müsste ab einem bestimmten punkt keine keine tiefe mehr haben können also ihr könnt mich tiefer als ich auf 150 die kann ich tiefer warte mal kurz nachgucken ganz kurz nachgucken auf jeden fall könnt ihr nicht so tief wie ich so hier wenn ihr bei der station seid leider schon richtig und ja genau dann geht er auch weiter runter weiter runter irgendwann ist die maximale grenze erreicht ob bei 200 metern oder hier schon den fall könnt ihr dann einfach aussteigen wie gesagt am besten eine taucherflasche mit hoher kapazität ich bin jetzt in kreativ modus deswegen ist das jetzt nicht so schlimm für mich ja da taucht ihr weiter runter und hier sind auch auf jeden fall sauerstoffpflanzen nimmt die auf jeden fall immer mit wenn ihr unten seid das ist sehr wichtig für euch ich habe jetzt auch einen besseren anzug noch so geht ihr dann einfach hier runter kommt so ein höhlensystem so eine art höhlensystem ich benutze mal meine anzug da bin ich schneller so kann ich es besser zeigen und da unten befindet sich auch schon das erste teil direkt das scanner braucht ihr natürlich auch so wie immer das müsste ein fabrikator wo du sollen ja also jeweils drei fabrikator module müssen finden und drei frachtabteil module da sind noch zwei direkt das sind auch überall pflanzen also eigentlich kann man hier auch theoretischen endlich drunter da unten bleiben ja das war das zweite fabrikator abteil und das ein fahrtabteil haben wir hier dann ist ja auch noch ein bisschen auch wenn wir sogar batterien und essen ist ja auch noch wie gesagt ihr könnt hier an den pflanzen sauerstoff auch wieder auffüllen da ist das nächste teil also super simpel wo da haben wir schon alle fabrikator abteile zusammen das wird ein sehr schnelles wieder habe ich das gefühl das ist wieder ein fahrtabteil wunderbar dafür ist jetzt nur noch ein fahrter teil dann haben wir alle super simpel es kann auch sein dass er auch pech habt und die die ganz unten sporen dann müsste besuchen also hier kann man auch gut bluten sehe ich gerade also diamanten findet man hier liefium wahrscheinlich auch ein paar andere sachen gold denke ich mal ja da müssen wir das letzte auch noch finden man kann ihn noch weiter runter da unten ist mich auch noch was hier unten können auch noch teile sein aber hier ganz unten glaube ich nicht aber auf jeden fall sind die teile ich brauche doch die verbesserte art maske fällt mir ein also guck dich dann lieber ein anderes video an ich werde auch was hochladen und dann tauchte herunter und sucht das ich hätte aber erst mal alle sieben videos machen oder vom sinnvollsten ist ja ich finden würde da wäre das ganz schön muss hier noch ein frachtabteil sein irgendwo ich finde es aber leider nicht das schon mal gerne oder abonniert das aber nicht mein kanal ja das aber ich lasse gerne auch daran aber nicht mehr kanal dass das gleiche sind wir aber nicht mehr kanal das leichter und teilt das video und aktiviert die glocke auf jeden fall und hier haben wir noch fabrikade abteil das habe ich schon da kriegt man jetzt titan für ja ich hätte gern noch ich hätte gern noch ein prachtabteil spiel das wäre super geil auf jeden fall müssen wir das hier und auch finden können weil ja das war und hier unten eigentlich aber hier waren wir noch gar nicht hier kann man auch rumschwimmen sehe ich gerade ja vor diesen pflanzen müsst ihr aufpassen die sind gefährlich für euch die im boden hier drin sind also die da auf jeden fall wo ich hinzeige dies gefährlich ich weiß ich habe ganz so weit hinten auch noch die teile sporen sieht irgendwie nicht so aus als wenn die sporen würden obwohl doch die sporn hier okay alles so richtig so können überall unten sporen anscheinend das noch ein fabrikator abteil da hinten ist noch eins sind das jetzt ein fahrtabteil ist aber schon erledigt auf jeden fall ein bisschen suchen ok jetzt wird ein fahrtabteil sein ja das ist ein fahrtabteil und dann haben wir schon alles und das war es auch schon ja das war es auch schon super easy eigentlich genau dann würde ich sagen teile das video gerne abonniert mich das leiter und aktiviert auf jeden fall die glocke sehr wichtig und ihr werdet mein kanal mit sehr sehr unterstützen wenn du das video teilt und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten video und haut rein